ja ich klicke vielleicht etwas scheiße weil ich krank bin ja mein hart ist komplett trocken ja by the way ihr könnt euch sicher noch an den community server erinnern das kleines video hier könnt ihr euch sicher noch an den community server erinnern ja ich hatte da mit party scharf am ende ja ein bisschen streit mit bene auch und am ende ja auch so weit noch mit maxi glaube ich ja worauf ich dann selber tatsächlich gelöscht habe weil ich einfach keine lust mehr hatte ich hatte keine lust mehr leute deswegen habe ich den server gelöscht ja aber irgendwie gestern kam dann irgendwie wo ich mit bene telefoniert hat trotzdem der gedanke eigentlich hast du schon bock auf den server ich habe richtig bock auf den server gestern gehabt und wollte einfach die alten zeiten wieder und ja wie soll ich sagen leute ich habe mal mein handy genommen bin auf atmos gegangen habe einen server erstellt mit dem selben server name coyt die ersten zwei buchstaben von community und dann halt noch youtube so wie es früher war früher war auch schon coyt und ich war gerade am kochen ja das koch gerade ohne geht dann gleich essen wird schon nicht die küche explodieren ja ja wie dem auch sei habe ich dann eine neue server statt ich blende jetzt einfach mal hier die neuen server daten an was sind jetzt neue server daten die alten daten die alten daten einfach vergessen einfach vergessen die alten daten bitte einfach vergessen die sind jetzt nicht mehr relevant ja wie soll ich sagen ich habe dann sporten genauso gebaut wie er damals war leute und auch mein haus sonst sonst ist eigentlich alles recht anders als vorher aber mein haus ist gleich und mein und der sport ist auch gleich ja ich würde mich riesig freuen wenn ihr mal auf den community server joint und zwar der ist nicht immer online aber er ist immer zwischen 13 uhr 40 und 15 uhr online zwischen 13 uhr 40 und 15 uhr online das verspreche ich euch 13 uhr 40 und 15 uhr ich blende hier nochmal die uhrzeiten ein dann könnt ihr euch das screenshotten ja und dann würde ich sagen gehen wir jetzt mal kurz auf den community server herzlich willkommen zurück auf dem community server herzlich willkommen zurück auf dem community server ja ihr seht es wir stehen im spawn hier es ist schon ein netherportal ja das ist der spawn wie früher ja maxi hat hier schon eine brücke gebaut dann habe ich da einen schaden ich habe es nach den wohlshop gebaut das erkläre ich euch denn noch alles das erklärt euch noch alles ja das war ein der brücke das war party schaaf das mitte richtig erwerkt ist ja alles umgekloppt naja die brücke hat jedenfalls maxi gebaut ihr seht es schon ihr seht es schon mein wunderschönes Haus es ist ziemlich genauso wie vor ich habe es nach den da hier Hier by the way Cherry Blossom Bäume. Party Shop und Bene haben anscheinend ein Cherry Blossom Biom gefunden. Ja, hier wieder mein Feld. Ja, das Ding hier hat Bene gebaut. Da ist ein Creep explodiert. Kann ich mal eben zubauen. Ja, 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 ja. Ja, das war mein Pilz. Habe jetzt ein Video hochgeladen. Hier mein Kistensystem. Ja. Hier wieder mein Schlafzimmer. Erkennst schon. Und Leute. Mit dieser wunderschönen Ansicht hier. Würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns weiter auf dem Community-Server. Tschüss, Leute!